Hallo und willkommen zurück zum nächsten Teil von Let's Play Malcolms Revenge, also Kyrandia 3. Wir gehen wieder raus, weil hier gibt es ja nichts zu tun. Hier gehen wir noch nicht runter, sondern wir gehen jetzt hier raus. So, was haben wir denn hier? Gehst du da rein? Nein, gehst du nicht. Aber hier. Alles sehr voll hier. Das Ort ist mit diesen Idioten. Es muss sich eine Art Distraktion geben, die von diesen Verletzungen auslösen würde. Genau, wir müssen die loswerden. Das kriegen wir auch hin, aber nicht so. So, was haben wir denn hier? Geht es hier noch irgendwo woanders hin? Nee. Dann hat schon mal zurück. So, was haben wir denn hier? So, was haben wir denn hier? So, jetzt kommt es hier wieder zurück. So, was haben wir denn hier? So, jetzt sind wir hier. So, was haben wir denn hier wieder? So, look. So, wir gehen zum Cliff. Cliff, Cliffhanger, guck mal, und hier gibt's Blumen, die können wir uns jetzt nämlich einsammeln, indem wir den Soldaten nehmen, den hier hinstellen und uns jetzt eine Blume schnappen. Ach, die hauen auch da ab. Mist. Gotcha, where do they go? You think there'd be Street Signs here? Jo, komm mal hier einsammeln. So, hier können wir die Angel mit dem Wasser benutzen. Oh boy, ein Eel. Genau. So, was brauchen wir denn momentan nicht? Eigentlich brauchen wir alles, aber wir packen mal den Nagel hier hin. Den Aal nehmen wir mal mit. Ach so, warte mal, den Aal können wir nämlich mit dem Samen hier verwenden. Und haben so eine Art Superdünger erschaffen. Das machen wir gleich nochmal. Ja, da gehen wir auch noch hin, aber nicht jetzt. Noch etwas Geduld, lieber Merkur. So. Ah, guck mal hier. Mit dem können wir... Der hat quasi hier was in der Hand. Und dem geben wir jetzt einfach was. Dafür kriegen wir das nämlich. Wir geben ihm einfach mal den Ball. Hier, Kind. Go play in the street. Sehr gut. Hier, Kind. Go play in the street. Sehr gut. Sehr gut. Hier, Kind. Sie ist auf 17 Uhr. Wo ist deine Mutter? Hier, Kind. Go play in the street. Schwer gut. Schwer gut. Das will er nicht. Setze das. Hier, Kind. Go play in the street. Schwer gut. Und wir haben ein Sandwich bekommen. So, ging es hier nach oben? Ja. Aber warte mal, hier ist noch... Äh, komm. Und wir haben... Nagel packen wir mal hin. Nagel fallen gelassen. Gotcha! Is it my breath? Hä? Hä? You'd think there'd be street signs here. Oh boy! We're having fun now! So, geht's jetzt hier nach oben? Genau! Und jetzt können wir nämlich die beiden Blumen hier mal aufpacken? Malcom! 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 Er versucht es ehrlich zu stoppen. William weiß. Warum fragst du nicht über seinen Geist? Nur eine Royal Seance kann seinen Geist zurückbringen. Nachher können wir mal wieder aufsammeln. Und wir gehen mal nach rechts. Und hier das Eichhörnchen, das schnappen wir uns. Und zwar nutzen wir hier das Ding mit dem Eichhörnchen. Warum nicht? Ich wundere, ob ich das verkaufen kann. Ich kann nicht weit entfernen, um ihn zu nehmen. Ich weiß nicht, dass das Ding mit dem Eichhörnchen ist. Ähm... Okay. Ich weiß nicht, dass das Ding mit dem Eichhörnchen ist. Ich glaube nicht, dass dieser Ort mehr mehr Zutaten braucht. Ich kann nicht weit entfernen, um ihn zu nehmen. Ich kann nicht weit entfernen, um ihn zu nehmen. Und wie sollte das gehen? Na gut, dann machen wir es eben anders. So machen wir erst mal was anderes. Komisch. Eigentlich hat man so das Eichhörnchen gekriegt. Können wir mal hier reingehen. Ah, sie haben die alten Transporte renoviert. Ich wundere, wo dieser geht. Geh'n, wundere. Geh'n. Ach, okay. Jetzt weiß ich, was ich vergessen habe. Moment. Jetzt weiß ich, was er meint. Der guckt mich nahe noch ran ans Eichhörnchen. Ja, wir müssen das Eichhörnchen ja mit irgendwas locken. Dann nehmen wir hier nämlich natürlich unsere Sesamkörner, packen die dahin. Jetzt kommt das Eichhörnchen. Und jetzt nehmen wir das. Time to hypnotize, Mr. Squirrel. You're getting sleepy. Very sleepy. Baby. Ich kann nicht glauben, dass dieser alte Trick noch funktioniert. Ich liebe diesen Mann. Ja. Und das Squirrel nehmen wir und setzen es uns auf den Kopf. This Squirrel might make a nice hat. Ja. Warum auch immer. Aber ja. Jetzt sind wir quasi in disguise. Haben wir eigentlich noch einen Aal? Nee, ne? Nee. Ich hab glatt noch einen Aal vergessen. Beziehungsweise, wir können eigentlich auch hier schon rein. Ach nee, Quatsch. Nee, um Gott, das will. Nee, geht noch nicht. Stimmt. Wir brauchen die Verkleidung, ja. Ähm. So, der Pantomime. Den Kerl müssen wir auch noch ein bisschen ärgern. Was sind wir hier? Äh, okay. Hätte doch nicht beamen müssen. Voll der Umweg. Habt ihr hier noch nicht so ganz drauf die Wege? Genau. Hier. So. Hm. Oh boy, an eel. Genau. Den schnappen wir uns. Hm. Jetzt geht's zurück zum Pantomimen. Wir stellen uns mal hier hin. Und sobald der uns den Rücken zudreht, packen wir ihm den Aal in seine Kapuze. Wir sehen uns, wie Al he likes having a smelly fish in his hood. Jetzt sind wir Spaß. Wir sind auf ein guter Start. Genau. Der kommt hier durch. Wir müssen hier, also wir kommen hier einfach nicht rein. Wir können uns hier auch nicht durchquetschen. Aber wir können hier einen alten Trick verwenden. Und zwar die Angel hier mit dem Ding. Das funktioniert immer. Und jetzt sind wir hier drin. Ich kann nicht glauben, dass dieses Arschwerk funktioniert. Genau. Aber normalerweise tut nämlich der Typ hier uns sofort wieder rausscheuchen. Und weil er quasi unser Kind als Merkel. Jetzt tut das aber nicht. So. Hier ist also eine Dusche. Hier ist die Wassertemperatur. Hier ist der Bademeister. Mit dem können wir mal reden. Guten Morgen. Was kann ich für dich tun? Ich würde gerne einen Lass nehmen. Sorry, wir sind voll. Genau. Und hier sind die Klamotten vom Pantomien. Die brauchen wir auch. Hey. Lass diese Klamotten allein. So, wir müssen jetzt hier quasi die Wassertemperatur umstellen. Damit... Also, wir stellen die Wassertemperatur um. Damit er panisch dir nachbucken geht. Und wir in der Zwischenzeit das Ganze klauen können. Damit wir das umstellen können. Weil... Hihihihihihi. Du bist nicht mit diesen Kontrollen, oder? Genau. Das war nämlich der Hinweis. Wir müssen hier nämlich auch Lügen umstellen. Und jetzt können wir es machen. Ich kann es immer noch durchs Mal sehen. Ja, ja, sehr gut. Und jetzt können wir es machen. Hä? Toll. Ist das die Spiegelführung, oder was? Oh, ernsthaft? Nee, jetzt hat er es kapiert. Hihihihihihi. Hey, what's the ruckus? Savi lenkt. Er geht rein. Now, that was fun! Und hier können wir uns jetzt die Klamotten schnappen. So, raus hier. Ist nämlich ganz schön laut. Und jetzt brauchen wir nämlich das Eichhörnchen nicht mehr. Das heißt, jetzt gehen wir zurück zur... Stadt. In dieses völlig überfüllte Ding. Äh, ich glaube, das ist da irgendwo hier. So, und die Klamotten werden wir los, indem wir... das Ding mit uns benutzen. Maybe this squirrel will get the attention of these weirdos. Okay, little buddy. Do your thing. Hey! What was all that ruckus? And where'd everybody go? What? I didn't see anything. Oh, that's just terrific. Hey, you're Malcolm. So I am, Fishface. I'm notifying the authority. Great. That's all I need. Herman the Half-Wid on my back. Let's send you on a ride. So, wir stellen uns erst mal hier auf Normal um. Ah, Home Sweet Civilization. Kommen wir hier nicht mehr rein? Tatsache, jetzt kommen wir hier nicht mehr rein. Haben wir uns quasi selbst hier ausgesperrt? So, jetzt gehen wir hier... Jetzt ziehen wir uns runter. Ich war nicht gemeint, um ein Explorer von wilden Plänen zu sein. Ja, ja. Dieses schmerzige MIND-Outfit könnte gut sehen. Die Tür ist lockt und verbrannt. Hm, der Fischkrem-Parlour. Okay, dann verlassen wir mal hier den Raum. Wahrscheinlich macht er gleich wieder auf. Oh, was ist unsere Angel hier? Darn. You have brought Caramnia enough pain. Once you are paroled, you must leave Caramnia. Don't ever return or we'll... Or we'll do the same thing again. You are warned, Malcolm. I'm shaking, powerful leader of the Royal Mistakes. And I'll obey. Where'd he get that box? It looks like one of my old toys. Have you no loyalty to your former employer? No talking. This is a joke. You must pay for your crimes. Well, we can't stand around here all day. Get on with it, Constable Herman. Put all your stuff in that box. What's that dance you're doing? Just put your stuff in the box. And don't try to keep anything hidden in your palm. Okay, I've waited long enough. Let's go. How many times do I have to tell you? You're here to make doilies. If you just buckled down and make ten more to fill your quota, you would finally be eligible for parole. Now, one more time. Take the string and put it in the machine. Does mom love? Good. Now, step on the foot pedal. See? That wasn't so hard. Now, take the scissors and cut the doily loose. You're doing great. Pick up the doily and put it in the slot. Pick up the doily and put it in the slot. Wonderful. Now you have only nine more doily to make. But remember, that's the last time I'm going to tell you how. There's no way I'll be able to speak out that way. Genau. Also, bis gleich. Tschüss.